Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Heute mit neuer intelligenter Knete für euch und zwar von dem Crazy Aaron, dem verrückten Aaron. Das ist der hier, Crazy Aaron Thinking Party, Strange Attractor, ein komischer Anzieher. Und zwar ist das eine magnetische Supermagnetic, könnt ihr hier sehen, Strange Attractor Knete. Eine super magnetische intelligente Knete und da ist echt eine Menge dabei. Heute mal wieder in der großen Packung, die Packung ist so grün und auch die Dose hier da drauf, sonst ist sie halt silber. Wie immer bei Crazy Aaron, includes Super Strong Magnet. Ein super magnetischer Magnetblock ist hier drin und der trocknet auch nie aus. Und sonst die Eigenschaften werden wir euch gleich zeigen. Hier sind noch andere intelligente Knetsorten, zum Beispiel auch Liquid Glass, kennen wir super cool. Und auch noch andere. Und hier konnte sich einer nicht gedulden. Ich frag mich, wer das war. Nina oder Kati? Na ja, gut. Ich sag mal nichts. So, und hier stehen noch ein paar Tricks, wie man den Magneten benutzen kann. Floats in Space. Hier können wir das sehen. Stretch it, bounce it, becomes magnetic. Sehr gut. Kneten und snap it. Alles klar. Da sind wir mal gespannt. Wir gehen ein bisschen nach unten, Leute. So, hier unser Crazy Aaron und sind gespannt. Wow, wow, wow. Was ist das denn? Wow. Das sieht hier aus wie aus dem Weltall, muss ich sagen. Grauer Schleim. Äh, grauer Schleim. Komme ich jetzt auf Schleim. Graue, intelligente Knete von dem verrückten Aaron. Und wo ist der Block? Oh, wow. Der fühlt sich... Wow. Schaut euch das mal an. Was für ein fetter magnetischer Block. Riesengroß. Und... Bing. 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 Es läutet zur Pause. Nein. Ein super magnetischer Block. Sehr stark. Und... Zu meinem Erstaunen, eine weiche magnetische Knete. Da können wir gerne auch noch einen Vergleich machen, Leute. Und wenn ihr intelligente Knete mögt, dann gerne einen Daumen nach oben. Und auch abonnieren, Leute. Wir schauen uns das mal an. Eine super interessante Farbe. So ein schimmerndes Grau. Und... Sehr, sehr dehnbar. Das gefällt uns wirklich sehr. Und die knistert immer schön. Das ist noch cooler. Sehr cool. Die schimmert so bei Lichteinfluss ein bisschen unterschiedlich. Wirkt wie so ein Meteoroid. Oder, Leute? Strange Attractor. Ich hoffe euch das mal an. Super coole und super riechende, intelligente Knete. Und jetzt wollen wir natürlich mal testen, ob sie magnetisch ist. Ding. Den Magnetblock haben wir schon kennengelernt. Wir machen das mal ein bisschen dünner. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen dünner. So. Und dann möchten wir jetzt mal gucken, ob das funktioniert. Wow. Schaut euch das an. Echt cool. Also das funktioniert auf jeden Fall, Leute. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Wir zoomen mal ein bisschen rein, Leute. Ja, ich glaube. Das ist noch ein bisschen zu dick. Ich glaube, ein bisschen dünner. Da. Seht ihr das? Seht ihr das, Leute? Schaut euch das mal an. Die intelligente Knete. Sie schwebt. Sie schwebt, Leute. Ich muss sagen, super cool. Super cool, diese intelligente Knete. Schaut euch das an. Super cool, würde ich da mal sagen. Intelligente Knete. Magnetisch. Sehr cool. Und wir können den Block natürlich hier auch drin verstecken. Und der wird irgendwann die ganze Knete, ja, um sich bilden. Sehr, sehr cool. Crazy Aaron's Strange Attractor. Gefällt uns wirklich sehr. Okay, Leute. Was sagt ihr? Gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video jetzt gefällt. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Der Magnet flippt total aus. Crazy Aaron's Thinking Party. Magnetisch. Supermagnetic Strange Attractor. Leute, wir hatten sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Wenn es euch gar nicht gefällt, Daumen nach oben. Aber trotzdem Abo da lassen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nein, beim nächsten Mal. Ciao.